Nenjon, das auch unter dem Namen Lindor bekannt ist, ist ein Kartenspiel für drei bis acht Personen. Dazu braucht man ein spezielles Spielfeld, das in fünf Felder unterteilt ist. Dieses Spiel französischer Herkunft ist oft in preiswerten Ausführungen in Spiele-Sammlungen zu finden. Jedoch bieten Läden mit Edelspiel-Sachen auch sehr elegante Holzvarianten an. Der Name des Spiels bedeutet übersetzt gelber Zwerg, damit wird im Spiel die Karo 7 bezeichnet. Geschichte des Spiels Zwei unterschiedliche Aspekte haben die Bezeichnung des Spiels geprägt. Zum einen ist der Gelbe Zwerg die böse Hauptfigur eines Märchens der Baronin Marie-Katharine Dauelneu aus dem Jahr 1698. Zum anderen wurde auch der Hofner Nikolaus Ferry von Stanislaus Leschinski dem Herzog von Lothringen so genannt, da er am Ende seines Lebens aufgrund eines Tumors die gleiche Boshaftigkeit wie der Märchenzwerg entwickelte. Um das Jahr 1760 herum entwickelte sich dann das Spiel in Lothringen und erhielt den Namen des bekannten Gelben Zwerges. Einsätze der Spieler Jeder Spieler legt zu Beginn des Spiels folgende Einsätze in die einzelnen Fächer und zwar auf die Karo 10, 1 Jeteau, auf den Kreuzbuben, 2 Jeteaus, auf die Pikdame, 3 Jeteaus, auf den Herzkönig, 4 Jeteaus, auf die Karo 7 den Nenjohn, 5 Jeteaus. Verteilung der Karten Man nutzt ein Blatt 52 Karten und verteilt entsprechend der Teilnehmerzahl folgendermaßen. 3 Spieler 15 Karten für jeden Es verbleiben im Talon 7 4 Spieler 12 Karten für jeden Es verbleiben im Talon 4 5 Spieler 9 Karten für jeden Es verbleiben im Talon 7 6 Spieler 8 Karten für jeden Es verbleiben im Talon 4 7 Spieler 7 Karten für jeden Es verbleiben im Talon 3 8 Spieler 6 Karten für jeden Es verbleiben im Talon 4 Ablauf Ziel des Spieles ist es als erster seine Karten loszuwerden. Diese werden in der Mitte auf einem Stapel gesammelt. Der Startspieler beginnt damit eine möglichst lange Kartenreihe abzulegen. Zum Beispiel 3, 4, 5, 6. Dabei sagt er 3, 4, 5, 6 ohne 7. Danach darf der links neben ihm sitzende Spieler mit einer 7 weitermachen, möglicherweise noch eine 8 anlegen und so weiter, bis auch er nicht mehr kann. Zu beachten ist, dass das As als 1 zählt und damit der absolute Beginn einer Reihe ist. Legt ein Spieler einen König, so hat er das Recht, irgendwo in der Skala neu zu beginnen. Besitzt er aber ein Sa, so empfiehlt es sich diese loszuwerden. Hat nachdem ein Spieler eine 5 gelegt hat, keiner mehr eine 6 zum Drauflegen, darf der Spieler, der die 5 legte, mit einer 7 weitermachen. Legt man nun während des Spieles eine der 5 Karten aus der Mitte, so bekommt man den Inhalt des Faches. Kann man eine solche Karte während des gesamten Spieles nicht loswerden, so muss man den Inhalt des Faches nach dem Spiel verdoppeln. Gleiches gilt für ein Übersehen dieser Karte. Der Spieler, der als erster alle seine Karten los wird, erhält von den anderen Spielern so viele Jeteaus, wie die anderen noch Punkte auf der Hand haben. Die Bilder zählen dabei jeweils 10 Punkte. Gelingt es einem Spieler sofort, wenn er zum ersten Mal an der Reihe ist, alle Karten zu legen, so ist ihm eine Grand Opera gelungen und er darf zusätzlich alle Fächer des Tableaus lehren. Danach beginnt die nächste Runde mit dem nächsten Geber. Hat nachdem ein Spieler eine 5 gelegt hat, keiner mehr eine 6 zum Drauflegen, hat der Spieler, der die 5 legte, das Recht, irgendwo in der Skala neu zu beginnen. Der Spieler, der als erster alle seine Karten los wird, erhält von den anderen Spielern so viele Jeteaus, wie die anderen noch Karten in der Hand haben.